Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zu einer weiteren Ausgabe des Toko Tokonomi Podcast. Diesmal mit dem Thema Hasoshoku, das Königs Haki, die Veranlagung des Königs, wobei Hasoshoku natürlich auch übersetzen werden kann mit die Veranlagung des Tyrannen, Tyrannen Haki. Denn wenn wir mal davon ausgehen, dass König etwas Positives ist, ist ein Tyrann natürlich etwas Negatives, aber im Grunde können wir uns darauf einigen, dass es so etwas wie ein Herrscher Haki ist. Und es ist so etwas Besonderes, weil man es eben nicht erlernen kann, sondern man muss es beinahe sogar schon im Blut haben. Es muss einem mitgegeben werden, wenn man geboren wird, damit man es dann in seinem Körper erwecken kann, wie wir das beispielsweise bei Zorro im Wano Kuni-Arc gesehen haben oder im Flashback von Do Flamingo, als er es bereits als Kind erweckt hat, was ja ebenfalls auch Podcast The Ace getan hat, damals im Goa-Königreich. Und vielleicht ist hier auch eine sehr extreme Situation vonnöten, um eben dieses besondere Haki im Körper zu erwecken. Aber warum hat das nicht jeder? Denn im Vergleich zur Rüstung und Observations-Haki, was jeder lernen kann, kann dieses spezielle Haki niemand lernen, sondern man muss es tatsächlich haben. Und dann kann man es natürlich, sobald man es erweckt hat, natürlich auch trainieren. Hier habe ich sehr interessante Informationen in Kapitel 519 gefunden. Damals waren wir im Amazon-Lily-Arc, also eben auf Amazon-Lily bei den Amazonen. Ruffy setzte damals das Königshaki ein, er wusste damals auch nicht so ganz genau, was er da tut. Aber die ganzen Amazonen waren natürlich beeindruckt, zumindest die, die sich auf den Beinen halten konnten. Denn das haben sie vorher noch nicht gesehen bei irgendeiner anderen Person, außer Boa Hancock. Und das bedeutet, Ruffy ist eingeborener König. Aber hier gibt es eine sehr interessante Aussage von Daisy von den Kuya-Piraten. Denn sie hat gesagt, das ist das Haki der Auserwählten. Und nur einer unter mehreren Millionen hat eben dieses besondere Haki. Also ist es natürlich relativ selten. Aber auch nur im Vergleich zur Weltbevölkerung von One Piece. Und hier haben wir leider keine konkreten Angaben bekommen von Ishiro Oda. Vielleicht bekommen wir das nochmal irgendwann. Doch vergleicht man das mal mit unserer Welt. Wir haben fast 8 Milliarden Menschen auf unserem Planeten. Was natürlich bedeutet, wir könnten theoretisch fast 8000 Königshaki-Anwender haben. Das klingt nach einer ziemlichen Menge. Und vergleicht man das jetzt wieder mit One Piece, wo im Grunde bisher nur 17 Charaktere bekannt sind, die das Königshaki beherrscht haben. Und vier davon sind sogar bereits gestorben. Also es könnte auch sein, dass das Königshaki durch den Tod eines Anwenders wieder in Unlauf kommt und dann ein Neugeborenes zu dem Zeitpunkt dann eben wieder das Königshaki beherrschen könnte. Also im Grunde ähnlich zum Kreislauf der Teufelsfrüchte, nur halt eben mit einem anderen Konzept. Aber ich bin natürlich sicher, es gibt keine 8 Milliarden Menschen in der Welt von One Piece. Wie viele gibt es da? Ich habe ja eben schon gesagt, Ishiro Oda hat dazu keine Zahl genannt. Aber ich habe eine sehr interessante Zahl gefunden und zwar in Kapitel 182 gibt es eine Aussage von Chaka über die Rebellenarmee, die sich ja gegen Alabaster gestellt hat. Und die war zu diesem Zeitpunkt fast 2 Millionen Menschen stark. Das ist schon mal eine extreme Aussage. 2 Millionen, nur die Rebellenarmee auf Alabaster. Das bedeutet, die Gesamtbevölkerung von Alabaster könnte 10 Millionen haben, was im Grunde bedeutet, dass ja fast 10 Königshaki-Anwender alleine nur auf Alabaster existieren können. Und natürlich ist Alabaster eine der größten Inseln, die wir gesehen haben. Aber nimmt man jetzt mal alle Inseln zusammen oder alle größeren, Ja, da kommen wir auch auf eine extrem hohe Zahl und das würde natürlich im Umkehrschluss bedeuten, natürlich nur rein in der Theorie, dass wir auch im Grunde fast 100 Königshaki-Anwender in der Welt von One Piece haben könnten. Und klar, die könnten irgendwo verstreut sein, die könnten natürlich gar nichts davon wissen, dass sie Königshaki beherrschen, weil sie immer ein sehr friedliches Leben geführt haben und gar nicht daran gedacht haben, jemals zu kämpfen oder noch zu klein sind. Doch natürlich sollte uns im Klaren sein, diese Charaktere, die das Königshaki haben, gehören zur Spitze der Welt. Die sind natürlich dann irgendwann in der neuen Welt und deswegen finde ich, dass die aktuelle Anzahl von 13 Personen doch ein bisschen wenig ist für die Welt von One Piece. Und deswegen habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie viele Charaktere haben wir denn überhaupt noch in der Welt von One Piece, die theoretisch Königshaki beherrschen könnten und wir haben es einfach noch nicht gesehen oder diese Charaktere haben es halt einfach noch nicht erweckt. Die ganze Geschichte mit Zorro auf Wano Kuni hat mir jetzt auch Hoffnung gegeben, dass selbst sehr starke Charaktere noch nicht ganz davon überzeugt sind, das Königshaki in sich erweckt zu haben und dass das halt vielleicht wirklich einen extremen Moment benötigt, um dieses halt hervorzurufen oder halt zumindest einen signifikanten Moment in ihrem Leben, der sie dazu bewegt, das Königshaki einzusetzen zum allerersten Mal. Und sobald man das natürlich dann ja freigeschaltet hat, könnte man sagen, kann man das natürlich dann auch verstärken. Wir beginnen mal mit einem Charakter, wo das sehr verwunderlich ist und zwar bei Trafalgar D. Waterloo. Und zwar ist das ein Charakter mit einem Kopfgeld von 3 Milliarden Berry. Und nehmen wir jetzt mal Buggy raus, weil er ja ein kompletter Sonderfall in dieser ganzen Geschichte ist, dann gibt es in der Welt von One Piece keinen Charakter über 2 Milliarden Berry, der nicht das Königshaki beherrscht. Und allazdem gehört er natürlich auch zur schlimmsten Generation und zu den drei wichtigsten Charakteren aus der schlimmsten Generation, der Supernova. Halten wir mal Zorro raus und Blackbeard, die ja auch zur schlimmsten Generation gehören. Dann gehört er zu den drei Top Captains. Und wir wissen bereits, dass Ruffy das Königshaki hat, schon vor dem Timeskip. Wir wissen, dass Eustace Captain Kidd in der Lage ist, das Königshaki einzusetzen. Ja, nur Trafalgar D. Waterloo, der tut sich damit ein klein wenig schwer, aber er ist gerade im Kampf gegen Blackbeard. Und was könnte es eine extremere Situation geben? Klar, natürlich der Kampf gegen Big Mom, aber den hat er ja nicht dauerhaft alleine bestritten, sondern Eustace Captain Kidd konnte immer dann übernehmen, wenn er im Trouble war und umgekehrt. Und natürlich könnte man sagen, die ganze Situation mit Doflamingo, aber vielleicht war er zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht so weit. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass Trafalgar Lore das Königshaki noch erweckt, sofern er noch eine größere Rolle in One Piece spielt. Es kann natürlich sein, und ich hoffe darauf auch nicht so ganz, dass nach dem Kampf von Blackbeard für ihn erst einmal Schluss sein könnte. Genauso wie bei Eustace Captain Kidd, der jetzt auf Shanks trifft, auch ganz schnell mal Ende sein könnte. Aber wir drücken beiden den Daumen, dass der Kampf irgendwie anders da aufgelöst wird, so dass die noch beide weiterhin eine Rolle in der Welt von One Piece spielen können. Kommen wir zum nächsten Charakter, und der ist ja im Grunde durch Zorro vorgeprägt, Windsmoke Sanji. Ja, Sanji, der eine Flügel des Piratenkönigs, und der andere Flügel, ja, der hat alle drei Haki-Arten, und Sanji hängt natürlich nicht so weit hinterher. Rüstung und Observations-Haki hat er ebenfalls drauf, und er kommt sogar aus einer Königsfamilie, sollte man gar nicht denken, aber die Germa Doppel-6, die Windsmoke-Familie, hat tatsächlich einen sehr großen, royalen Einfluss in der Welt. Deswegen konnte man ja den Steckbrief von Sanji auch so manipulieren, dass er eben nur noch lebendig gefangen werden durfte. So viel Einfluss hat man in der Welt als Germa Doppel-6, und auch Sanji hat ja schon in früherer Zeit immer mal wieder angeteast, dass er etwas Royales hat, ja, Prinz, ja, Mr. Prinz im Alabaster-Ark, da sind wir wieder an dem Thema. War ja vielleicht auch schon ein Foreshadowing von Oda, dass auch er irgendwann das Königs-Haki in sich erwecken wird. Würde ich sogar bei diesem Charakter ziemlich cool finden. Klar, die Zorro-Fans würden mir jetzt hier Unrecht geben. Es ist jetzt natürlich etwas Besonderes, dass Zorro alleine, abgesehen von Ruffy in der Stroh-Bande, das Königs-Haki hat, und gerade Sanji sollte es dann am besten Falle nicht bekommen. Aber ich finde, gerade Sanji, wenn man seine Familiengeschichte kennt, mit den Wind-Smokes, mit der Germa Doppel-6, dass er als Fehlschlag gegolten hat, dass er der Einzige ist, der es geschafft hat, Königs-Haki in sich zu erwecken, würde ich schon ziemlich cool finden. Und es wäre natürlich auch ein riesiges Power-Up für die Stroh-Hut-Bande. Und bleiben wir einfach mal bei der Stroh-Hut-Bande, denn wir hatten ja eine relativ witzige Situation mit Usopp im Wano Kuni-Hak, als er einfach mal die Lüge erzählt hat, dass er gerade Königs-Haki eingesetzt hat. Und zwar war das ja eigentlich das Königs-Haki von Big Mom. Die meisten von euch werden jetzt natürlich schmunzeln und bleiben wir realistisch. Usopp ist der schwächste Charakter in der Stroh-Hut-Bande. Das wird er auch immer bleiben, laut einem Interview von Echiru Oda. Und deswegen können wir eigentlich ihn auch nicht so ganz ernst nehmen, wenn wir über Königs-Haki sprechen, was ja im Grunde etwas ist, was nur die stärksten Charaktere haben. Klar, Usopp hat schon ein Haki, das Observations-Haki auf Dressrosa entfesselt und das hat er kaum eingesetzt. Da würde ich auch gerne mal im nächsten Arc, vielleicht im Elbaf-Arc, mehr sehen. Es könnte ja einer seiner Arcs werden. Aber wir haben so ein spezielles Konzept in One Piece. Und zwar, die Lügen von Usopp werden in gewisser Weise wahr. Und eben hat er die Lüge erzählt, dass er Königs-Haki einsetzen kann. Warum sollte er es nicht irgendwann tatsächlich einsetzen können? Es muss ja nicht mal so stark sein. Es könnte in einer witzigen Situation passieren, dass er es auch irgendwie nur schafft, einen willensschwachen Vordercharakter damit auszunocken und das dann immer wieder mal in einem lustigen Kontext einsetzt, ohne es dann halt wirklich so zu verwenden, wie beispielsweise Ruffy es aktuell verwendet, indem er es in seine Attacken hinein infusiert. Und da sind wir schon im Grunde beim zweiten Charakter, den ich vorher auch schon erwähnt habe, weil er ebenfalls ein Kopfgeld über 2 Milliarden Berry hat, sogar über 3 Milliarden Berry, und zwar Buggy, der Clown. Und ich finde, hier sollte man, oder beziehungsweise Oda sich entscheiden, denn auch bei ihm würde ich es relativ witzig finden, wenn er ein sehr schwaches Königs-Haki entwickeln würde. Aber auf der anderen Seite wäre das der gleiche Witz wie bei Usopp. Und da muss man sagen, einer von beiden der Charaktere würde mir vollkommen reichen. Also entweder Buggy oder Usopp. Doch kommen wir noch einmal zurück zur Strohhut-Bande. Da gibt es nämlich noch einen Charakter, über den ich sprechen möchte, und zwar Nami. Und zwar geht es dabei um ein Foreshadowing, das wir vielleicht bekommen haben, über Ruffy durch Ishiro Oda, denn Ruffy hat suggeriert, dass Nami Königs-Haki beherrschen könnte, weil sie ihn verletzen kann. Das war erst im Grunde nach dem Wano Kuni-Arc, am Anfang des Egghead Island-Arcs. Und auch das könnte ein Foreshadowing darauf sein. Und hier kommt ein sehr interessantes Konzept von Craig Werner ins Spiel. Im letzten Interview hat er nämlich gesagt, auf die Frage, wie sieht es denn eigentlich mit dem Haki bei der Strohhut-Bande aus? Und da sagt er, kann man eine grundlegende Regel anwenden. Und zwar, wenn das Strohhut-Banden-Mitglied überzeugt davon ist, und das vielleicht ausgesprochen hat, dass Ruffy der Piratenkönig wird, dann können sie auch Haki anwenden. Das klingt zwar natürlich ein bisschen komisch, funktioniert aber tatsächlich, denn bei Zoro und bei Sanji hatten wir das, bei Usopp hatten wir das, bei Jinbei hatten wir das, bei Yamato haben wir es theoretisch, aber sie ist ja leider bisher noch nicht mitgesegelt. Und jetzt im Wano Kuni-Arc hatten wir es bei Nami. Sogar im Angesicht des Todes, denn Ulti wollte sie ja dazu zwingen, dass sie sagt, dass Kaido der König der Piraten wird, aber sie hat selbst im Angesicht, dass sie jetzt fast sterben würde, gesagt, nein, Ruffy wird der Piratenkönig. Und klar, das muss jetzt nicht bedeuten, dass Nami demnächst das Königshaki beherrscht, aber es könnte zumindest darauf hindeuten, dass sie Rüstung oder Observationshaki oder vielleicht sogar beides als nächstes Power-Up bekommen könnte. Kommen wir nun zurück zu Buggy, oder besser gesagt zur Cross-Guild, denn da haben wir zwei sehr interessante Charaktere. Zum einen haben wir Sir Crocodile, der hat kein Kopfgeld von 2 Milliarden, kommt aber fast heran, er hat 1 Milliarden 935 Millionen Berry. Okay, vielleicht schließt das diesen Charakter aus, aber wir haben natürlich auch einige Charaktere, die nicht so ein hohes Kopfgeld haben und trotzdem in der Lage sind, das Königshaki anzuwenden. Aber bei Sir Crocodile bin ich mir ziemlich unsicher, ob er das tatsächlich tun könnte. Das wäre aber kein Ausschlussverfahren dafür. Er ist ja immerhin ein Charakter, der schon ziemlich lange dabei ist, also würde es mich auch bei diesem Charakter nicht wundern. Hier kommt ein anderes Konzept im Spiel, was Oda höchstwahrscheinlich in One Piece eingebaut hat, und zwar ein Königshaki-Nutzer hat sich noch nie jemandem unterworfen, der kein Königshaki besitzt. Beispielsweise Zoro, Königshaki-Anwender, hat sich natürlich nur einem Ruffy unterworfen, der ebenfalls Königshaki beherrscht. Eine Yamato war streng genommen bei den 100 Bestienpiraten, ihr Vater Kaido konnte natürlich das Königshaki, ein Charlotte Katakuri war natürlich bei der Piratencrew seiner Mutter, Charlotte Nidin ebenfalls Anwenderin des Königshaki, und vielleicht das berühmteste Beispiel, Silvers Rayleigh und Shanks, die sind beide in der Lage, das Königshaki einzusetzen, und sie waren in der Crew vom vielleicht stärksten Königshaki-Anwender, den wir gekannt haben, Gold D. Roger. Damit kommen wir zum nächsten Piraten, und das ist natürlich mein absoluter Lieblingscharakter, Marshall D. Teach Blackbeard, und ich weiß, es geht die Theorie umher, dass Blackbeard der Einzige sein wird, der nicht das Königshaki beherrscht, um ihm quasi abzusprechen, dass der derjenige ist, auf den Roger gewartet hat, und er nicht derjenige ist, der sich One Piece holen sollte, aber das spielt mal gar keine Rolle, denn wir dürfen natürlich nicht vergessen, er gehört zur schlimmsten Generation, er ist einer der Kaiser, und wieder mal hier abgesehen von Buggy, hatte bisher jeder Kaiser das Königshaki drauf. Warum sollte Blackbeard da rausbleiben? Und natürlich haben wir hier den gleichen Grund, wie bei Zorro und Mihawk, die beiden werden definitiv aufeinandertreffen, und genauso ist es natürlich mit Ruffy und Blackbeard. Und da wollen wir ebenfalls einen krassen Königshaki-Clash bekommen, weshalb für mich eigentlich logisch sein sollte, dass Blackbeard ebenfalls das Königshaki beherrscht. Er gehört sowieso zu einem der stärksten Kämpfer in One Piece, weil er eben als krasser Antagonist aufgebaut wurde, der noch kommen wird, das heißt, er muss im Grunde etwas besser sein, als all die Antagonisten, die wir bisher in One Piece hatten, damit wir nochmal beeindruckt werden in der Zukunft von einigen Gegnern, und die natürlich auch noch absolute Gegner für Ruffy sein werden, der ja selbst mittlerweile in Richtung geht, dass er zum stärksten Kämpfer in One Piece zählt. Deswegen Blackbeard für mich hier ganz klar ein Königshaki-Nutzer. Und dann kommen wir zu einem Piraten, der vielleicht noch am Leben ist, aber vielleicht auch nicht mehr am Leben ist, und zwar rede ich hier von Rocks D. Sebek. Also offiziell wissen wir, dass er eigentlich tot ist, ob er noch lebt, das sind natürlich ganz andere Theorien, und auch hier bin ich mir ziemlich sicher, dass der das Königshaki drauf hatte. Denn der hat nicht nur einen Königshaki-Anwender unterworfen, sondern gleich mehrere in seiner Rocks Piraten, und zwar Edward Newgate, Whitebeard, Charlotte Lin Lin mit Big Mom und Kaido. Und nur alleine diese drei, die später auch Kaiser geworden sind, haben wir drei richtig krasse Königshaki-Anwender. Kann mir nicht vorstellen, dass die sich jemand unterworfen haben, der das einfach nicht drauf hat. Deswegen bin ich mir auch ziemlich sicher, Rocks D. Sebek war ein Königshaki-Anwender. Eventuell werden wir es in einem God Valley Flashback dann irgendwann mal zu sehen bekommen, wenn wir vielleicht ein bisschen vom Kampf zwischen Roger und Monkey D. Garb und eben Rocks D. Sebek sehen, oder Rocks D. Sebek ist tatsächlich noch irgendwo am Leben und dann sehen wir es sogar in der Gegenwart. Und ich finde, hier sollte man auch direkt einmal über Monkey D. Garb sprechen. Tatsächlich, der Held der Marine, vielleicht einer der stärksten Marinesoldaten, die es je gegeben hat. Auch da haben wir leider noch nie Königshaki gesehen, aber der konnte ja Ruffy auch schon immer so ein bisschen verprügeln, auch unabhängig der Gummifrucht, beziehungsweise später der Nika-Frucht. Und es wurde immer nur die Faust der Liebe genannt. Und natürlich ist uns klar, dass Monkey D. Garb ein richtig krasses Rüstungshaki hat und wahrscheinlich auch ein sehr, sehr gutes Observationshaki. Aber mich würde es nicht wundern, wenn der Typ auch das Königshaki drauf haben könnte. Und das würde natürlich auch wieder für Sengok sprechen, der ja bestätigt Königshaki-Anwender ist. Und wir hätten das gleiche System wie bei den Piraten. Ein Königshaki-Anwender unterwirft sich nur einem anderen Königshaki-Anwender. Und das bringt uns im Grunde schon zum nächsten Charakter auf meiner Liste, denn bleiben wir einfach mal bei diesem Grundkonzept. Denn wenn Sengok früher Admiral war und sich einem Königshaki-Nutzer unterworfen hat, dann natürlich seinem Vorgänger Kong. Das würde bedeuten, Kong ist ebenfalls ein Königshaki-Anwender. Er war ja der ehemalige Großadmiral der Marine, ist jetzt Generalgouverneur oder Generalkommandant der Streitkräfte der Weltregierung. Und da sind wir eben schon wieder beim nächsten Thema. Wem untersteht er denn überhaupt richtig? Den Gorosei. Und das würde natürlich bedeuten, dass die Gorosei eventuell auch alle fünf Königshaki-Anwender sind. Und die würden sich natürlich keinem anderen unterwerfen, als einem weiteren Königshaki-Anwender. Und auch hier kommt wieder natürlich Rocks D. Serback ins Spiel. Aber ich rede natürlich von Imu, Imsama. Natürlich der geheime König der Welt. Welcher Charakter außer Imsama sollte das Königshaki beherrschen? Zumindest solange er als Mensch zählt. Ich habe ja auch noch die Theorie, dass er einfach nur die Inkarnation des Meeres sein könnte. Aber gehen wir einfach mal davon aus, er ist ein Mensch, vielleicht sogar Rocks D. Serback. Dann würde das natürlich alles zusammenpassen. Und mit Kong, den Gorosei und Imu-Sama hätten wir dann alleine sieben Charaktere bei der Weltregierung, die das Königshaki beherrschen könnten. Aber bevor wir jetzt hier komplett zum Schluss kommen, habe ich noch zwei weitere Charaktere, über die ich mit euch sprechen möchte, die potenziell in der Lage sein sollten, das Königshaki zu beherrschen. Zum einen Sabo. Ja, Sabo ist ja gerade auch so ein bisschen in der Schwebe. Hat er die ganze Sache in Kapitel 1060 überlebt mit der Superwaffe. Wir gehen natürlich alle davon aus. Wir gehen natürlich auch alleine wieder hier vom Konstrukt auf. Wir haben diese drei Brüder. Raffi, Ace, beide Königshaki-Anwender. Aber Sabo setzt kein Königshaki ein, obwohl er ein krasses Rüstungshaki schon uns gezeigt hat im Tressrosa-Hack. Auch das kann ich mir nicht komplett vorstellen. Also auch Sabo ist für mich hier einer der absoluten Kandidaten, wenn es darum geht, welche Kandidaten könnten noch ebenfalls Königshaki einsetzen. Und dann sind wir wieder beim gleichen Konzept. Ein Königshaki-Anwender würde sich keinem anderen unterwerfen als einem weiteren Königshaki-Anwender. Und da wären wir bei Monkey D. Dragon. Und er passt nicht nur in dieses Konzept, sondern alleine, wenn wir davon ausgehen, dass Monkey D. Garp Königshaki drauf hat und sein Sohn Monkey D. Raffi. Ja, warum sollte er als einziger aus der bekannten Monkey D. Familie kein Königshaki beherrschen? Also auch er gehört natürlich zu den absolut krassesten Charakteren, die es in der Welt von One Piece gibt. Und auch bei diesem Charakter müssten wir im Grunde eigentlich auch das Königshaki sehen. Hey, vielleicht bekommen wir ja so einen Vorgeschmack-Kampf vielleicht zwischen Dragon und Imusama und sehen da einen richtig krassen Königshaki-Clash. Doch bevor wir das ganze Thema abschließen, möchte ich noch ein paar andere Namen nennen, wo ich mir vorstellen könnte, dass die Königshaki beherrschen. Und zwar gehen wir dabei zurück zur Marine. Der aktuelle Großadmiral der Marine, Aka Inu aka Sakazuki, ist für mich auch einer der absoluten Kandidaten, wenn es darum geht, das Königshaki zu beherrschen. Und das gilt für mich persönlich auch für alle der Admiräle. Und zwar nicht die aktuellen Admiräle alleine, sondern eben auch natürlich die ehemaligen Admiräle wie Cusan. Könnte ja eventuell auch so ein Voraussetzungssystem sein in der Marine, wenn du Admiral werden möchtest und später dann Großadmiral, musst du mindestens das Königshaki beherrschen. Wir haben ja nach dem Marinefortark von Dr. Fishbone erfahren, dass jeder Vize-Admiral das Rüstung- und Observationshaki beherrschen kann. Also das System gibt es halt im Grunde schon bei der Marine. Und das würde uns natürlich zu weiteren Charakteren führen, die wir natürlich prädikten, später Admiral zu werden, wie beispielsweise Kobe, der ebenfalls das Königshaki beherrschen könnte. Okay, da hätten wir natürlich dann ein sehr abstruses Konzept, weil er sich mal allwieder unterworfen hätte. Und dazu passt das Ganze natürlich nicht. Aber auf jeden Fall könnte man auch sagen, das ist ein sehr spätes, erwachtes Königshaki. Damals hat das noch nicht so ganz gezählt. Aber es ist natürlich hier komplett auf das System aufgebaut, dass ein Admiral Königshaki beherrschen muss. Passt aber auch dazu, dass Kong immer wieder versucht hat, Monkey D. Garp zum Admiral zu machen, wenn der natürlich die Voraussetzung hat, alle drei Haki-Harten zu beherrschen. Damit kommen wir nochmal zu der Prämisse am Anfang des Videos. Es darf ja im Grunde gar nicht so viele Königshaki-Anwender geben. Wir haben aktuell 17, davon sind vier verstorben. Mit allen Charakteren, die ich jetzt in diesem Video genannt habe, auch unabhängig davon, dass ich gegeneinander ein paar ausgeschlossen habe, wie Usopp und Buggy, die nicht gleichzeitig Königshaki haben könnten, gehe ich natürlich auch davon aus, dass es trotzdem so kommen kann. Und dann hätten wir einfach nur 25 Charaktere mehr. Und mit den noch lebenden Charakteren, die wir bereits kennen und aktuell auch Königshaki beherrschen, hätten wir gerade mal 38 Königshaki-Anwender. Natürlich könnte es noch viel mehr Charaktere geben, wie Shiryu des Regens, Ben Beckmann und so weiter, wie wir jetzt nicht so ganz auf dem Schirm haben. Aber ihr könnt mir da gerne mal ein paar Vorschläge in die Kommentare schreiben, von Charakteren, wo ihr glaubt, die könnten noch das Königshaki beherrschen. Ich denke, das sind am Ende gar nicht mal so viele und würde halt trotzdem immer noch zu der kompletten Anzahl der Menschen, die es in der Welt von One Piece gibt. Und wir dürfen ja nicht nur bei den Menschen aufhören. Wir haben ja auch Fischmenschen, Langarmstamm, Langbeinstamm, Langhalsstamm, die Minks und so weiter und so fort. Und gehen wir einfach mal davon aus, alles zusammen sind ungefähr eine Milliarde Lebewesen, die Königshaki beherrschen könnten. Ja, dann hätten wir ungefähr 100 Königshaki-Anwender und da haben wir jetzt erst einmal nicht mal die Hälfte genannt davon. Es könnte also noch viel mehr geben auf der ganzen Welt von One Piece verteilt. Natürlich in der neuen One Piece Welt, in der neuen Welt der Grand Line sammeln sich die krassesten Charaktere. Deswegen ist es auch gar nicht ungewöhnlich, dass dort halt sehr viele Königshaki-Anwender auftauchen. Das soll es aber von mir gewesen sein. Ich bin jetzt gespannt auf euer Feedback zum Thema Königshaki. Vielleicht fällt euch ja noch etwas ein, was mir entfallen ist. Nennt mir auch gerne eure Vorschläge für potenzielle Kandidaten für das Königshaki, die euch einfallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr One Piece Podcasts und natürlich viel mehr One Piece Content. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für euer Einschalten und Zuhören. Bleibt gesund, bleibt am Leben, bleibt One Piece gewogen, bleibt mir gewogen. Ade! Deine Lilly Musik Vielen Dank.